moin leute was geht hier ist wieder der geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr in fordlight einen neuen backbling bekommt kostenlos und zwar ist das dieser hier das sind die neon wings um diese neon wings zu bekommen leute müsst ihr am freitag den ersten mai also jetzt ein paar stunden um drei uhr nachts einfach party royal spielen wenn ihr euch dann ein lot party royal zockt dann kriegt ihr das als belohnung leute dieser gleiter ist reaktiv das heißt die farben die verändern sich je nach musik die gerade läuft ja das war es dann auch schon leute also nicht vergessen drei uhr nachts party royal zocken backlink bekommen und ja ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja dann lasst doch ein like da und wir sehen uns beim nächsten mal